Und zwar ist das Ding im Keller. Ja, Justin Mills, Bewegungssensor, IMF und die Jagd, das ist gar nicht so schön, will man meinen. Verbrauchung. Boot haben wir nicht, hier im Keller, schauen wir den Spiegel, das ging schnell. Einfach rechts oder links, hier, weg. Die sind geblockt, da hinten geht aber, hinter den Kisten verstecken. Hinter den Kisten, alle Lola kommen. Ähm, LOL! So, hier irgendwo ein Orb, irgendwo war ein Sound. In der Garage in die Dinger gehen, oder die hinteren Spindel gehen nicht. Vorhine gehen, hinten nicht. Theoretisch kann man sich ja auch hinter das Piano stellen, oder hinter den PC verstecken. Die Ecken gehen beide auf. Irgendwas in der Küche, Küche geht ja auch hinter den Kühlschrank. Also, der geht auch, wenn man das will. Ist aber risky. Geht aber auch. Hm, hier sehe ich auch kein Orb. Wenn du überhaupt Orb da hast, das ist ja der nächste Punkt. Das wies man ja nicht. Irgendwann hat eine Tür geöffnet, glaube ich. War das hier? Wo ist der da angefasst? Hier die Spindel. Ja. Spindel hier hinten im Kinderzimmer. Genau. Im Flur gehen sie auch. Ich glaube, es ist ein... Die Spindel. 0 Grad. 3 Grad. Ja, dadurch, dass er hier sein wird. Das ist ja hier irgendwo. Irgendwann. 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 Irgendwann die Flur. Irgendwann die Flur. Da ist ein Flurgeist. Sanity. 70%. Einmal Pir nehme ich. Dann nehme ich das noch. Das. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Sollen wir gehen? Du hast irgendein Radio angemacht, aber ich bin hier nicht. Ja. Fünfer im Radio im Schlafzimmer. Fünfer EMF. Das heißt aber, ich weiß, er hat durch den Flur hier interagiert. Das wird wahrscheinlich sein. Das ist das normales von der EMF? Oder?ißt du hier? Ja, das ist normales von der EMF. Wo bist du? Bist du hier? Je alt bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Er hat noch was umgeworfen und leg dann eben EF dann einfach hier hin, wenn du das brauchst. Ja, jetzt bin ich schon komm hier grad schon wieder. Das ist immer sinnvoller. Gefrier haben wir. Gefrier. Flur, ne? Ja, zumindest hab ich grad Ding gesehen an dem hier. Kurz ab und dann hab ich mich das reingehaut. Ja, dann... Gefrier. Ist das hier im Flur auch noch? Ja, ne? Es war ein allgemeiner Flur. Ja, okay. Ne, normal ist es auch Flur, Flur. Aber man weiß ja nicht. Da liegt das EF Ding. Das brauch ich dann hier drüben werden. Buch? Wo ist meine Kamera? Mom, gibt's die Kamera? Hier haben wir sie. Zack. Okay, der Teil ist Buch, dann ist es ein Scheid. Sehr schade. Na ja. Also das war ein Buch hat er auch angeschlagen. Ja, ja. So. Buch, Gefrier und... Wir haben das. Den haben wir... Bewegungssensor und Hand. Bewegungssensor war das... um welchen kann ich nicht den Ding. Mhm. Dann können wir Salz mitnehmen, Futter beruhen. Dann hatten wir als Cursor auf den Spiegel, damit können wir die Sanity von einer Person von uns eher auf 0 runterdrücken. Ich mach einmal Salz hier hin. Achso, wir haben gar keine Pfau, ne? Und ich hab genau dahin gemacht, wo er steht. Auf gut Glück. Fotos auf gut Glück, das war ein Schritt. Dann ist er da lang, das ist auch ein Schritt. Das war auch nicht qualitätsmäßig gut. War da noch einer? Ja, auch ein Schritt. Und hier noch bestimmt einer, ne? Ja. Das waren nur zwei Fotos, das ist aber egal. Immerhin. Den Bewegungssensor, wo ist der? Am Gange, am Link habe ich am anderen gepackt. Ja, natürlich war am Gange, der ist aber auf der anderen Seite hier. Hier läuft der gerade rum. Da geht nicht versteckten, da ging versteckten Gefrierende. UF hat ja die UF geklammert dafür. Ja, ist auch egal. Das hat sich schon geleert. Dann brauchen wir nur noch Hand entkommen und die Jungs sind so, man sollte noch mal reinlaufen. Wenn das noch nicht ist. Ist dann noch nicht. Aber der ist sowieso hier im linken Flurteil gerade gewesen. Richtung Badezimmer. Weil da könnte er auch durch die Wand eventuell mitnehmen. Wobei das gerade über jeder in der Ecke ist. Also von dem ja egal. Irgendwo hier ist dann gewesen zumindest. Ach so, Bewegung hat er gemacht. Gut. Okay, das heißt Hand. Das heißt... Äh, was hatten wir? Ach ja, Spiegel. Okay. Ich bin hier gleich schon mal rum. Bereits am Verstecken? Nein, ich habe keine Ausdauer. Was ist denn ich? Keine Ausdauer. Ganz toll. Ja, also im Keller geht auf jeden Fall. Hier Garage links in den Spinden geht. Oben geht. Spiegler, Spiegler und andere Wand. Hier ist der Kruz und dann ist der Flur. Aha, ich weiß nicht. Oh, kaputt gespielt. Da sind meine Sticks. Ghost, ghost, ghost. So vidare. Et Knowledge. Das gibt es Gäste und dann folgen sie unterge Chili. So, das stimmt. Dissach? Das stimmt, was nichts change was zu kalian. Stimmt. Dissach ohne St Dissach ohne St Sing. Das war ja lustig. Was haben wir alles? Was haben wir zwar nicht, egal, wir sind spät. Ein Shader Linsky. Das war ja lustig. Das war ja lustig.